Ich möchte endlich auch mal selber ein Buch schreiben, aber nur, wenn es auch ein Erfolg wird. Und weil ja alles, was erfolgreich ist, zur Serie aufgebaut werden muss, kommt hier der Nachschub, den ich zuvor aussortiert hatte. Resteverwertung, ein Gebot der Nachhaltigkeit. In der Politik wird man dann nach Brüssel geschickt, abgelaufene Medikamente schickt man nach Afrika und für abgelaufene Künstler gibt es die Best-of-Kopplungen. Hier sind meine B-Promis. Stichwort Wortstich. Die gemeinsten Theaterkritiken des Jahres. Keine Landeerlaubnis für WC2. Lanze-Schundheft. Entrüstung auf Burg Zahnstein. Ritterballade. Tupfer-Schwesterester. Krankenhauskomödie. Nachruf auf die von Recht schaffenden Bäuerinnen zu Tode vergewaltigten Sozisäue, von Oberammergau. Urdeutsche Satire. Das Lied des Borkenkäfers. Försterroman. Die Verfluchten der Milchbarn. Gedanken über die Kinder von Helikoptereltern. Die Dame mit dem Damenbart. Sortisen aus dem Salon. Leere Warte, volle Hosen. Sensationsreporter vor Ort. Christenheit und Jungfernzeugung. Medizinische Möglichkeiten gegen den Mitgliederstund. Ausrufezeichen. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Zeitgeistanalyse. Männer, Memmen und Mätressen. Gesellschaftsroman der Belle Epoque. Ach, weißt du noch. Plaudereien im Simjorenheim mit Grabi Kirchhoff. Knoten, Korken und Kondom. Das große Buch vom Safersex. Sushi mit Messer und Gabel. Touristenführer. Nenn mich noch einmal Johnny. Eine Feministin bekennt sich schuldig. Trifft ein Juden-Krüppel eine Negertunte. Lauter unkorrekte Witze. Wortlose Lügen. Diplomatie trotz Wikileaks. Hitler bei Kaffee und Kuchen. Entdämonisierung von Volkslieblingen. Käpt'n, die Ratten fliehen. Unterwegs mit dem Traumschiff. Davon geht die Welt nicht unter. Das Buch der großen Irrtümer von Sarah Leander bis Donald Trump. Seltene Erd, ganz viel Öl. Sympathien für China und Russland. Dich gibt es nicht, mich auch nicht. Erkenntnisse der Neuropsychologie. Diäten machen fett. Politikverdrossenheit leicht gemacht. Irgendwann mal ist Schluss. Eine Abrechnung mit allem. Welchen Titel hätten Sie gern? Welches Buch würden Sie nicht ungelesen aus der Hand geben? Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Ich auch. Angela Hogufe. 它 illustrations. Diese Vielen Dank.